Das vierte Kapitel Wie Herzbruder und Simplicius von Neuem in den Krieg geraten und wieder herauskommen Es geht seltsam zu in der wechselhaften Welt. Man sagt, wer alles wüßte, würde bald reich. Ich aber sage, wer sich stets in seine Zeit zu fügen verstände, würde bald groß und mächtig. So mancher Schindhund und Halsabschneider, wie man die Geizkrägen ehrenhalber nennt, wird zwar bald reich, weil er sich auf diesen oder jenen Dreh versteht und sich nicht scheut, ihn anzuwenden. Er wird dabei aber kein großer Herr, sondern genießt oft noch weniger Ansehen als vorher, solange er noch arm war. Wer es aber versteht, sich groß und mächtig zu machen, bei dem lässt auch der Reichtum nicht lange auf sich warten. Das Glück, das Macht und Reichtum gibt, schenkte auch mir, als ich ungefähr acht Tage in Wien war, einen sehr freundlichen Blick und gute Gelegenheit, auf den Stufen von Rang und Ansehen ungehindert hochzusteigen. Ich tat's aber nicht. Warum? Ich vermute, weil mein Fatum etwas anderes mit mir vorhatte, nämlich das, wohin mich meine Faxen brachten. Graf von der Wahl, unter dessen Befehl ich mir in Westfalen einen Namen gemacht hatte, hielt sich ebenfalls gerade in Wien auf, als ich mit Herzbruder dort eintraf. Bei einem Bankett, an dem neben anderen auch der Graf von Götz und verschiedene kaiserliche Kriegsräte teilnahmen, fiel ihm, als man sich über seltsame Gestalten, merkwürdige Soldaten und berühmte Furragierer unterhielt, auch der Jäger von Soest ein. Und er erzählte von ihm ein paar Geschichten in so rühmenden Worten, daß nicht wenige staunten, was ein so junger Kerl schon zu Wege gebracht hatte, und zugleich bedauerten, daß der hessische Obrist Saint-André ihm listig eine Fußfessel in Gestalt einer Frau angehängt hatte und ihn auf diese Weise dazu bringen wollte, entweder den Degen niederzulegen oder in schwedische Dienste zu treten. Graf von der Wahl hatte sich über das Spiel, das der Obrist zu Lippstadt mit mir gespielt hatte, genau unterrichtet. Herzbruder, der in der Nähe stand und etwas für mich tun wollte, bat um das Wort und sagte, er kenne den Jäger von Soest besser als sonst einen Menschen auf der Welt. Dieser Jäger sei nicht bloß ein guter Soldat, der den Pulverdampf liebe, sondern auch ein vorzüglicher Reiter, ein perfekter Fechter, ein tüchtiger Artillerist und Feuerwerker und könne es mit jedem Festungsbaumeister aufnehmen. Er habe seine Frau, mit der man ihn so schimpflich hintergangen habe, und seinen gesamten Besitz in Lippstadt zurückgelassen, um wieder in den Dienst des Kaisers zu treten. So habe er beim letzten Feldzug unter dem Grafen von Götz gedient und sei von den Weimarischen Gefangen genommen worden, sei ihnen jedoch wieder entlaufen, habe zusammen mit einem Kameraden, einen Korporal und sechs Musketiere, die ihn verfolgen und zurückbringen sollten, niedergestreckt und dabei noch eine ansehnliche Beute gemacht. Nun sei er mit ihm, Herzbruder, nach Wien gekommen und wolle sich wieder gegen die Feinde seiner römisch-kaiserlichen Majestät gebrauchen lassen, allerdings nur unter angemessenen Bedingungen, denn einen einfachen Soldaten wolle er nicht mehr abgeben. Die vornehme Gesellschaft war zu dieser Stunde vom Trunk schon so erheitert, dass sie ihre Neugier auf den Jäger sogleich befriedigt sehen wollte und man schickte Herzbruder los, mich in einer Kutsche zu holen. Unterwegs erklärte er mir, wie ich mich bei diesen vornehmen Leuten aufführen sollte, denn davon hinge mein zukünftiges Glück ab. Deshalb antwortete ich dann in der Gesellschaft auf alles sehr kurz und zugespitzt, so daß man sich über mich zu wundern begann, denn ich machte den Mund nur auf, wenn ich auch eine Pointe anbringen konnte. So hinterließ ich im Ganzen einen guten Eindruck, zumal mich der Graf von der Wahl schon gelobt und einen tüchtigen Soldaten genannt hatte. Aber mit der Zeit bekam auch ich einen Rausch und muß wohl doch irgendwann zu erkennen gegeben haben, wie wenig ich bei Hofe heimisch war. Es ging dann so aus, daß mir ein Obrist der Infanterie den Befehl über eine Kompanie unter seinem Regiment anbot und ich sofort einwilligte, denn ich sagte mir, Hauptmann sein, das ist nun wirklich keine Kleinigkeit. Aber Herzbruder beklagte sich am nächsten Tag über meine Voreiligkeit und meinte, wenn ich länger abgewartet hätte, wäre ich bestimmt noch höher hinausgekommen. So wurde ich Hauptmann über eine Kompanie, die zusammen mit mir nun zwar wieder eine komplette Führung hatte, hinten hinaus aber nur aus sieben einfachen Wachsoldaten bestand. Außerdem waren meine Unteroffiziere größeren Teils alte Zausel, die nicht viel taugten, so daß wir bei der ersten Gelegenheit, als es hart auf hart ging, zersprengt wurden, während unser Graf von Götz sein Leben und mein Herzbruder durch einen Schuß seine Testikel verlor. Mich traf es in den Schenkel, aber das war nur eine leichte Verwundung. Nachher kehrten wir nach Wien zurück, um uns kurieren zu lassen und weil wir dort unsere Habe hatten. Obwohl auch Herzbruders Wunde bald verheilte, geriet er in einen anderen, gefährlichen Zustand, dessen Ursache die Ärzte nicht gleich erkannten. Er wurde an allen Vieren lahm, wie ein Choleriker, den die Galle überkommt und matt macht, obwohl er sonst überhaupt nicht zu diesem Temperament und zum Zorn neigte. Trotzdem riet man ihm zu einer Kur in einem Sauerbrunnen und schlug Griesbach am Schwarzwald vor. So nahm das Glück unversehens eine neue Wendung. Eben noch hatte Herzbruder ein vornehmes Fräulein heiraten und hierfür sich zu einem Freiherrn und mich zu einem Edelmann machen wollen. Nun mußte er dies alles überdenken, weil er verloren hatte, womit er ein neues Geschlecht hatte auspflanzen wollen und weil seine Lähmung sich zu einer langwierigen Krankheit auszuwachsen drohte, bei der er auf gute Freunde angewiesen war, machte er sein Testament und setzte mich als einzigen Erben seiner Hinterlassenschaft ein. Vor allem, weil er sah, daß ich mein Glück seinetwegen in den Wind schlug und den Posten bei meiner Kompanie aufgab, um ihn in seinen Sauerbrunnen zu begleiten und dort gesund zu pflegen.